Bitte Wasser kuchen jetzt. Danke. Gleich geht's aus. Gleich geht's aus. Und jetzt noch ungefähr 30 Sekunden warten. Perfekte Wasser. Das hat er doch so verkauft. Guten Morgen. Heute ist Sonntag, der 22.11.2015. Immer noch? Ja, okay. Scheißegal jetzt. Braucht Kaffee. Elke Tila gerufen. Privat. Tag. Na? Ja, alles gut. Tag. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020